Wenn man gar einen Fall hat, habe ich öfters so oft ein 300-Tapping, wenn ich gar nicht rauche. Ein denn 300-Tapping. Ich raste bald wegen diesem 300-Tapping aus. Ich habe nichts. Ich habe ihn betroffen. Das war ein paar Übriger. Das war es an einem Sport. Ich habe mich nicht verlieft, aber es ist eine Version. Ich habe einen Menschen in www.mecha.ai. Ich habe einen Menschen in den Augen, aber ich bin mit einem Skymary. Ich habe einen Wind. Ich habe einen Schleuchtskunst, und ich habe einen Schleuchtsort. Das war ein Ninja. Ich habe einen Schluchtsort. hau up okay ich hab nix er glückst du dich will zuerst so geprankt so geprankt so geprankt so eine kuschelbeauftragte sie tut hat er das mit harter entschuldigung freund freund er lebt noch attacke freund alter ist so geil ich brauche mir jetzt wieder eine warte und er trifft mich jetzt hatte ich jetzt schon wieder angst er ist so stark in snipen der typ da vorne hatte es bleibt doch alle weg gleich der ist so stark in snipen der muss sich umbringen das ist alles mit uns schluss wenn der perfekte sniper aim hat ich kann ihm nicht so leicht umbringen hat er ist so pro er ist so pro er ist so pro ich muss aufpassen er war eigentlich er war richtig gut in snipen zuerst weil wir mehr hits gegeben hat ich weiß nicht ob es jetzt der andere war oder der jetzt ist es der andere war keine ahnung auf jeden fall habe ich die matten umgebracht das ist ja das ist sie noch jemals außer dass meine kuschelbeauftragte gestorben ist der traurigste moment den ich hier hatte ich stirbt einfach stirbt so schade es war so schade ich hatte einfach kuschelbeauftragte gesehen ja das hat er klaus ja warte ich spät keine als hat du näher auf das kann mir nicht ich kann mich bewegen ich 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 Das war's für heute. Headshot baby Oh baby Treble bitch Warte Wir haben immer noch so eine fette Zone und es sind schon so viele Leute gestorben Wow Weltrekord Gerade erst wird jetzt den neuen Sohn angesprochen Erst jetzt Und es sind schon so viele gestorben Alter Schwede In der Nähe In der Nähe Schön Bei der Bisschen sniper bin ich wundet bei einer blauen bin ich fast wundet Mit wann dann wenn die Leute mich Ne Wenn die Leute mich blau mit der blauen repetiersniper treffen bin ich tot Die scheiße Zuerst Jetzt erstes Ganz richtig scheiße mit dem live Mit dem live Ich habe so viel angst Ich kann nur Von halb automatisch Und jagd Wir werden nicht umgebracht werden Wer aber wenn die beiden Waffen Waffen Hedshot geben Egal welche Waffe Dann bin ich tot Egal wie Hey Hey Ich freue mich gar nicht Das ist ein Zeitsprung Zeitsprung Ja Ein Portal Der ist Zeitsprung Zeitsprung nämlich nicht Ich nehme den Portal da Das Portal da Braucht das dicker Ist es wichtig Das ist es wichtig Dann Geht's los Ich gehe sinnen Oh 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 im automaten den hätte ich mir so gern jetzt nicht ich kann mir natürlich nicht weiß was doof ist aber liegt hier irgendwas wichtiges und deutschen bitte auch wenn ihr alles genutzt irgendwas wichtiges wie bandagen oder so was wir alles mitgenommen alles außer ein bus alter ich will ich mag das der das ist jetzt echt scheiße das ist jetzt echt scheiße die ich verdanke ich rein gerade mit dem teil sprengen aber ich mir nervt es persönlich wenn ich keine besagen man da und schärfe ich glaube schon wegen repetierst du wohnen hat bloß so wenig lieben es ist so wenig ist aber und die seppe habe ich wusste ich darf das app der apple nicht offen ist weil das ist unsere was habe ich da jetzt gemacht hat es kann es jemand mit worten sagen noch alles durch ich will ich die weg alles du teams alles du teams nicht dein ernst sind alles die letzten sind alle durch ihm außer ich alter das ist so kranker bullshit und ich brauche mich direkt ein mit einer treppe die direkter war so halbautomatik bittes ok du musst du musst jetzt und scharfe zünfechte machen extra oben eine treppe hinsetzen so fertig geschafft das macht ok ein du ist wieder da und aber das ist auch ein einer geht das sind alles einer fast das ist das der einzige mit mir der kein du ich kann überhaupt der ist der fuß digger Untertitelung. BR 2018 der letzte der letzte in so einer fetten sohn also das ist doch nicht dein ernst bitte sei irgendwo ein lazy bitte zeig dich ich will hier nicht lange hier rumsetzen und warten bis du kommst mein freundchen komm her du wirst dunkle macht spüren und da ist er ja schon er wird jetzt die dunkle macht von mir er kann mich ja nicht wechseln weil da ein baum ist das ist geil es hat mich weg die bohne ich wegsneiden kann er kommt ja geh runter das wollte ich er kommt jetzt er ist so ehrenlos ich brauche es abnächst und er wird er kommt ich musste mir jetzt weg was geht so so Halt! 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 Es geht Glück, hat der, bitte. Boah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020